Musik Alles lobt gehört Allah, dem Herrn der Welten. Dem Herrn der Welten, der in seinem erwürdigen Buch Koran sagt, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen schuf. Und aus ihm schuf er seine Gatten und ließ sich viele Frauen, viele Männer und viele Frauen ausbreiten. Und fürchtet Allah, und fürchtet Allah in dessen Namen, ihr einander bittet und die Verwandtschaftsbande. Allah ist Wichter über euch. Unser Thema von heute geht um die Verwandtschaftsbande. Die Verwandtschaftsbande ist im Islam sehr wichtig und auch Pflicht. Unser Islam ist eine soziale Religion, die einen großen Wert auf die zwischenmenschliche Beziehung legt. Ich führe euch jetzt folgende Verse, die uns zeigt, inwieweit der Islam sich mit der Verwandtschaftsband beschäftigt. Allah sagt im Koran, und verdiene oder und diene Allah und gesell ihm niemanden oder nichts bei und behandelt Gericht mit den Eltern und mit den Verwandten. Auch in einem anderen Vers sagte der Erhabene und ließ dem Verwandten sein Recht zu kommen. Denn Islam befasst sich mit dem Recht jeglicher Menschen, nicht nur der Menschen, aller Schumpfungen, besonders der Verwandten, besonders auch natürlich der Eltern, der Geschwister, der Familie. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fördert uns auch und erzählte, dass wir die Verwandtschaft, unsere Verwandtschaft kennen müssen. Und wissen, mit wem wir, mit wem, mit wem, wir Verwandtschaft haben, damit wir sie pflegen. Damit wir sie pflegen. Die Verwandtschaftsbande hat eine wichtige Stilde im Islam. Und zwar, Allah hat sie durch Rahim gezeichnet. Und Rahim ist vom Namen Allahs, Rahman, abgeleitet. Die Verwandtschaftsbande hat so viele Tugenden im Islam. Sie ist ein Grund. Grund für den richtigen Glaube. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wer an Allah, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der seine, der seine Verwandtschaft fliegen soll. Das ist erst. Erstens und zweitens ist die Verwandtschaft, die Verwandtschaft ist eine Zeuge. Sie kommt am jüngsten Tag und wird ein Zeuge über die Menschen, wer seine Verwandtschaft pflegt und wer seine Verwandtschaft oder der Kontakt mit seiner Verwandtschaft auch abbricht. Sie wird Zeuge kommen. Drittens, die Verwandtschaft ist ein Grund für das Treten des Paradies. Ein Gefährter vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kam zu ihm und sagte, O Prophet, gib mir eine Kunde über eine Handlung, die mich dem Paradies näher bringt, die mich dem Paradies näher bringt und die mich der Hölle entfernen lässt. Der Prophet, der Prophet, der Propheten Muhammad, ergegnete ihm und sagte, Diener Allah im Pfuh sein, dem er der Einer und Einziger ist und geselle ihm niemanden und nichts bei. Verrichte das Gebet wie Befohlen, wie Befohlen, entrichte die Zaka und besuche deine Verwandten. Noch einmal, noch einmal, und besuche deine Verwandten. Als der Gefährte rausgeht, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Wenn er macht, wenn er macht, was ihm befohl, was ihm befohl, er werde ins Paradies gehen. Viertens, die Verwandtschaft ist ein Grund für verdubbelte Belohnung. Die Hingabe oder Sadaqa, wenn ein Muslim eine Hingabe ausgibt oder eine Ausgabe ausgibt, eine Sadaqa ausgibt, bekommt er eine Belohnung. Und wenn solche Sadaqa auf einer Verwandtschaft ist, bekommt er zwei Belohnungen. Auch, fünftens, die Verwandtschaftsbande, die Verwandtschaftsbande ist ein Grund für Verlängern des Lebens und vermehren des Besitzes. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, lehrte uns und sagte, Wer sich darüber freut, wer sich darüber freut, sein Besitz zu vermehren und sein Leben zu verlängern, der soll seine Verwandtschaft pflegen. Ja, die Belohnungen sind nicht nur im Jenseits, sie sind auch im weltlichen Leben. Deswegen soll der Muslim seine Verwandten besuchen, seine Verwandtschaft pflegen, seinen Vater, seine Mutter, seine Familie. So ist der Islam. Die islamische Lehre spricht von Banden mit den Verwandten. So, verehrte Muslime, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, lehrte uns auch, wer der gute Mensch ist, der seine Verwandten pflegt. Er sagte, Verwandtschaft, Verwandtschaft zu pflegen ist nicht oder heißt nicht, Gutem, Gutes mit Gutem zu vergelten. Verwandtschaft zu pflegen heißt, den Kontakt mit dem zu suchen, der ihn abgebrucht hat. Ja, so sind wir befohlen. Beim Umgang mit den Verwandten, die schlechten Behandlungen mit den guten Behandlungen begegnen. Alles, was gehört Allah, dem einen und einzigen, ich bezeuge, dass Muhammad sein anbeten Diener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und Frieden sein auf ihm. Die Verwandten oder die Verwandtschaftspand spielt eine große Rolle im Islam, in unserer Religion. Abu Huraira überlieferte, dass der Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Allah, Allah, Allah hat die Schöpfung erschaffen und als er damit fertig war, sagte die Verwandtschaftspande, Oh Allah, ich suche Schutz bei dir. Ich suche Schutz bei dir. Den du oder den, der seiner Verwandtschaft abbricht, der Gott, Allah, entgegnete und sagte, Bist du damit zufrieden, bist du damit zufrieden, dass meine Erbarme dessen, den oder der dich pflegt, und von meiner Barmherzigkeit, den aus meiner Barmherzigkeit auskränzte, der, der, den oder dem Verwandte, der seinem Verwandten abbricht, sie sagt, ja, so bin ich. Sie sagt, ja, so bin ich. Deswegen sollen wir wissen, dass die Verwandtschaftspande eine sehr wichtige Rolle im Islam spielt. Sie hilft den Menschen dabei, dass Gute unter den Menschen sich verbreiten. Und Egoismus, wie Individualismus, auch weg, entwerbt, Hass und Neid aus dem Weg, aus dem Weg geräumt, dass die Verbindung und Liebe stärkt und auch die Beziehung vertieft, damit die Liebe sich unter den Menschen verbreitet. So ist unsere Legion, Islam. Ich beende jetzt meinen Predigt mit dem folgenden Gebet. O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, vereinige unser Herzen. Erlöse uns, erlöse uns von jeglichem Bösen und ritte uns von deinem Thron. Amin.